irgendwas hört sich gut Fick dich, Fick dich, Fick dich, Fick dich Was ist das denn schon wieder, Mann? Du darfst nicht in der Tür stehen bleiben, dann kann ich nichts machen, ne So ne Scheiße, steht der genau vor mir Das liegt doch auf Ja, zieh dir mal rein, wie der da liegt Der Spastik hat mich gekillt Du darfst nicht in der Tür stehen bleiben, Mann, dann kann ich dir ja nicht helfen Torque, hier Eindringteam, Zivilperson ist getrunken Was musst du denn noch alles machen? Ja, es sind noch einige Gegner Alle Zivilpersonen und Situation klären sie Da liegt noch einer Eindringteam an Torque, verletzte Zivilperson muss evakuiert werden Der wollte sich nur vorm PC setzen Ja, schön im Porno reinziehen Jo, Gitarre Na, jetzt kann ich dir wenigstens besser zusehen Das sind die Jungs, wo mir welche Ich muss eh pissen Boah, da fliegt Auto fliegen, siehst du das? Was ich gerade sagen Ach du Scheiß Das ist so eklig hier Nicht mal Spiegel da Ich ruf meinen Chef an, ich kündige Mein Telefon drin wäre Ja, genau Oh, Fiberclo und Boah, das hat irgendeiniges schrieen Fraunclo, da rennt jemand raus Äh, Gangster Gangster Das ist doch der größte Gangster Alter, bist du tight, man Oh, Scheiße Oh, wie geil Ich bin die gerade abgedrückt Oh, rennt der auch noch voll wie so ein Gangster raus Denkst du, oh, ich bin der Größte, mich knallt auch keiner ab Das war immer bad Äh Naja Weg dem haben wir jetzt verloren Arschloch ist das, ey Äh Aber was macht der auf dem Mädchenklo, verdammt Das ist doch Was wohl? Der wär das Naja, ich bin fertig Okay Nochmal machen oder nächste Runde? Nee, gleich nochmal, oder? Okay Machen wir alle Mission fertig Das war jetzt heftig Ach, das ist die nächste Mission schon Ah Na, welche machen wir denn jetzt? Ah, warte Okay Okay Na, aber das Spiel ist irgendwie schon geil Ja Hm Hm Nur, dass wir nur zu zweit sind, das weckt auf Ja, das ist schwer Jetzt sind wir wieder in dem Club drin Club Party Ja Alter, wir gehen in den Club zum Feiern, wie die Kloster aussehen, wie die ganze Bude aussieht Total für den Arsch Hm Hm Naja, hast ja gesehen, was für Leute da sind Ja Laut dort halt die Gangster Hahaha Hahaha Oder Leute, die sich einfach mal so auf die Fresse legen und nicht mehr aufstehen Wo sie Milch holen, Leute Ja, genau Ich bin fertig So, jetzt nochmal Jetzt gehst du überall vor und ich warte schön, bis du alles fertig gemacht hast Oh Ja Sicher du mal, die eine... Ah, die liegt da gar nicht mehr Die liegt da gar nicht mehr Oh, guck mal, da hinten sind Leute Hallo Alter, ich kann den nicht mal abknallen Headshot Ha Ja Ländgranate Pist euch jetzt Hitzschmeißen Ne Ha Ha Ah ja So, jetzt sind sie alarmiert, die Titan Gangster Bist du da? Ja Ich weiß... Nicht immer Müll durchstöbern, Mann Ich weiß blend Ok Beleit Ja, los Nimm das hier Wichser Die Hände hoch, los, fahrer Toc, hier einruhen Team Sie sehen Person am Boden Kameameha Gehen wir nochmal denselben Weg wie vorhin Ok Hände hoch, hast du die Hände sehen? Polizei, Hände hoch Oh, da kommt einer Wo? Fick dich, fick dich Jetzt nicht mehr Polizei, auf den Boden Polizei, Hände hoch Ok, ich krepier jetzt Da ist einer Ah Du hast den Geisel abgeknallt Ich hab die doch nicht mal angeschossen Ich hab den Bastard hier angeknallt Ah So ne Scheiße Na, ist hier noch Party? Na, warum ist hier keine Party? Ich bin doch nur hergekommen um Party zu machen Ja, echt? Wo ist denn eigentlich die Band? Lass nicht zu, dass die Menschen aufhören Ja, jetzt kill ich alles Gerade jetzt Oh, 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 ich hätte jetzt so Bock auf Nikola oder was das ist Oh, 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 oh Ich dachte, die wäre schon tot Ok, ich würde sagen, wir machen nochmal neu Ja, machen wir nochmal neu Diesmal knallst du keine unschuldigen Person mal Du Killerspielspieler Ich konnte nicht dafür, die ist einfach so ins Feuer gelaufen Ja, klar Sagen sie alle Ja, da sind sie Ja, da sind sie